Dann, äh, gehen wir jetzt hier... Oh, neue Gebüsche, das heißt, neue Pokémons. Huch! Erstes Gebüsch, direkt mal, ne? Ah, ne, Mann, ne. Schwalbini, Alter, bin ich schwul? Komm, wir machen mal, machen mal, machen mal kurz einen Prozess, oder? Ne, wir machen... Ah ja, der kann ja immer so super fliehen, ne? Genau. Ich weiß gar nicht, ob Fifi eigentlich so eine gute Wahl war. Bisher ist er eigentlich ziemlicher Versager. Aber er ist aber erst Level 8 oder 9. Schauen wir mal, ne? So. Anscheinend gibt's hier nicht neue Pokémons, obwohl... Ja, Schwalbini war ja ein neues Pokémon. So, hier, gegen dich will ich kämpfen. Meine Käfer-Pokémons sind stark, lass uns kämpfen. Ja, Käfer-Junge. Zeig mal, was du hast. Ah, Wumpel, ey. Alter Hut. Komm, lass... Das macht Fifi alleine. Sandwirbel, trifft er nicht. Zack. Dreck in dein Auge, Junge. Ach komm. Ich mach mal hier Sandwirbel dreimal, dann trifft er gar nicht mehr. Werdet er sehen. Und dann kann ich ihm wegtickeln. Au. Ja. Ich find Sandwirbel ziemlich... Also fand ich früher immer ziemlich geil. Das ist übelst underrated. Glaubt mal. Glaubt mal. Alter, warum trifft er denn? Nein. Oh, komm. Okay. Dann machen wir folgendes, bevor mich das jetzt komplett weghaut. Habe ich eine Beere? Ah, da war doch Gegengift. Aber ich glaube, ich habe noch eine Beere. Das wäre besser. Äh, Parallelvergiftung. Zack. Jetzt mach Tackle. Nein. Ey, wehe jetzt. Komm, komm. Wehe. Ah, gut. Aber warum trifft der Spack oder den? Bam. Ja, ich bin nicht deprimiert und so, ne? Ha. Ging daneben. Was sagt ihr jetzt? Hä? Ging da... Ja, dann nicht. Okay, er hat jetzt fünf von... Eine von fünf Attacken, glaube ich, verfehlt. Okay, Sandwirbel ist scheiße. Früher war der besser. Ja, okay. Okay, die Quote hebt sich. Aber hätte ich einfach von Anfang Tackle gemacht, wäre er schon eher down. Ich hätte mehr Leben. Naja. Nen Kader? Äh, lassen wir mal. Lassen wir mal den Fifi. Ach, äh, Datvie. Das habe ich doch im Blütenburgwein schon mal gesehen, oder? So, jetzt machen wir einfach nur noch Tackle. Au. Oh, das sieht nicht gut aus. Dann machen wir hier... Obwohl, ein bisschen kann er noch, denke ich. Eine Attacke geht noch. Ja, dann geht sogar noch zwei. So. Wenn er nur Härtener kann, dann kann das der Fifi jetzt auch alleine machen. Ah, ne, Kratzer hat er ja auch gemacht. Äh, Tackle. Ach, du. Ja, jetzt sollte ich ihn doch schon austauschen, denke ich. Für Lelek. Lelek, du kannst das schaffen. Fifi, okay, komm zurück. Du schaffst es, Lelek! Blutsauger hat der ja drauf. Das ist ja eklig. Okay. So, äh, was... Zerschneider, Junge. Bam! Okay. Spannender Kampf. Lelek, gib nicht auf. Alter, kannst du mal aufhören, einen scheiß Blutsauger zu machen, ey? Ach, du. Jetzt kann ich schon eigentlich wieder fast vergessen, Mann. Oh, Gott. Ja, danke. Danke. Gibt's davon eigentlich einen Cap? Also, wenn man so und so oft Härtener benutzt hat, bringt das nichts mehr... Alter, was kannst du eigentlich? Ich hab hier nur Versager in meinen Reihen, ja? Außer Kachpar, Junge. Der gibt richtig. Nee, ey, es ist jetzt nicht euer Ernst. Muss wieder Kachpar ran, ne? Die Suppe auslöffeln. Lelek, du sch... String dich an, Kachpar! So, jetzt ist, äh, Ende hier im Kasten, ne? Jetzt mal Ruhe hier mit Härtener. Jetzt kommt, äh... Man, der ist Käfer, ne? Da ist, glaub ich, Pflanze nicht gut. Dann mach ich mal Rückzucki. Rückzucki. Ach, du Scheiße. Oh, der hat jetzt schon so oft Härtener eingesetzt, ey. Boah. Leck mir die Kimmel. Jawoll! Ah, Level 15. Irgendwas Neues? Ne. Na ja. Ich habe verloren. Ich dachte, ich könnte dich am Kragen packen. Deine Mutter kannst du am Kragen packen. Jetzt hab ich ein bisschen Probleme, weil... Meine Pokémon sitzt total alle schon, sind die... Okay, die tausche ich dann einfach nur aus. So. Hier, Kämpfen, Junge. Ich lerne in der Schule und auf dem Heimweg lerne ich auch. Ach, du Scheiße. Streber. Ach, du Scheiße. Von Schulkind Kerstin. Knilz. Knilz. Wäre auch nur Überlegung wert, ne? So. Das dauere schon mal mal. Kach mal. Pflanze gegen Pflanze. Das ist gut, weil ich hab normale Attacken und da knilz wahrscheinlich... Ja gut, der Tickle. Wow. So, ich zeig dir mal, was ich kann. Bam! Ja, und er macht natürlich auch nur Tickle dann, ne? So schlau ist er, der Arsch. Aha. So, das dürfte mir original nichts abziehen. Ja. Ein KP. Eine KP. Ne, ein Kraftpunkt, oder? KP ist doch Kraftpunkt. Alter, ist nicht... Was macht das? Paralysiert? Da, dann kann er nicht immer angreifen, ne? Naja, egal. So. Fifi Level 10. Na, schön. So, jetzt muss ich hier den Bäumer... Oh, jetzt hab ich gar nicht gelesen. Schade. Jetzt muss ich den Bäumer entparalysieren. Ja, Paralyse. Okay. Kachbar. So, gibt's hier nicht ein paar neue Pokémons? Ey, ich hab nur Scheiße. Nein, Mann. Ach, du Kacke. Flurmel, Junge. Ein wildes Flurmel erscheint. Das Vieh kommt mir nicht in die Tüte, ey. Da kann ich mir ja gleich irgendwie... So ein... Oh, nee. Knuffiger Hase, oder was? Eklig. Okay, aber es gibt neue Pokémons hier. Yay. Los, Fifi. Toll, jetzt hör ja auf, hier rum zu... Pidimpern. So, Kollege. Kämpfen. Dies hier ist eine Sackgasse. Ich langweile mich zu Tone. Los, kämpfen wir. Wie, das ist eine Sackgasse? Geht's da nicht weiter, oder was? Teenager Mark. Mark. Ach, du. Schon wieder ein Knilz. So, Fifi. Mach mal folgendes. Mach mal ein Kachbar raus, weil du bist einfach, ne? Du bist schon aus der Puste. Hör doch auf mit Tackle, wenn ich hier Pflanze bin. Bam. Nein, wehe. Oh, danke. Kein Bock auf paralysierte Pokémons. Was? Sporen wird von Knilz paralysiert? Warum? Ich hab angegriffen und werde paralysiert? Was ist das für ein Arschloch-Pokémon? Das muss dieser Special-Effekt, den jedes Pokémon hat, sein. Loturzel? Ach, das war dieses Ding mit dem Tablett auf dem Kopf, ne? Voll das Opfer. Hallo, Loturzel. Ich geb dir jetzt mal. Bam. Ja, das zieht gar nichts. Ja. Ist nicht gerade effektiv, mein Lieber. Ja, jetzt kann ich nicht angreifen, weil ich paralysiert bin, ihr Spackos. Ja, jetzt geht mein Angriff noch weiter runter. Das heißt, ich brauche jetzt wahrscheinlich zwei Attacken. Ja, ich kann nicht angreifen. Deine Mutter kann nicht... Ja, wenigstens Absorber, ey. So braucht ihr ewig, Leute. 24 Runden brauchst du, wenn du so weiter machst. Das hilft dir auch nichts mehr. Das hilft dir auch nicht mehr weiter. Ach, komm schon, Mensch. Okay. Okay. So, jetzt aber, komm. Gib ihm Kachbar. Oh, ja, ist doch okay. Ist nicht so, dass ich beleidigt wäre. Das machen die mit Absicht, Alter. Die paralysieren mich und beschmeißen mich dann hier mit Level 8 Pokémons, ey. Das hat Spaß gemacht, auch wenn ich verloren habe. No, das ist mal korrekt, ja. Fairer Verlierer. Oh, jetzt hier Wanderer. Wenn es keinen Tunnel gibt, dann klettere ich eben über dem Berg. Haha. Du, Fetti, das will ich sehen. Ja. Wanderer. Lucius. Kleinstein. Ey, das ist kein Problem. Aber ich eins... Okay, Fifi. Tauschen. Äh, Kachbar, du bist paralysiert. Aber jetzt, das ist eine gute Chance, um sich wieder hochzuleatschen. Ne? So, brauche ich nur noch Treffen. Ja, du, der Kachbar, der macht keine Elektroattacken, Junge. Alter, was kannst du eigentlich? Ich brauche einfach mehr Pokémons, beziehungsweise geile, ja. So, äh, wie viel Leben kriege ich? Jawoll. Es ist Licht am Ende des Tunnels. Hechel, Keuch. Verlieren erschöpft mich. Wieso sind dort deine Pokémons, die auf die Fresse kriegen? So, hier noch einer. Jawoll, ich gebe euch... Ich werde dich hart rannehmen. Hahaha. Ja, ja. Der Wanderer. Der Wanderer Nikolas. Der Niko. Hat er die immer mit ihren Kleinsteins, ne? Das Naskett, das war geil. Das will ich auch haben. Los, Kachbar. Ich habe doch mal erzählt, dass ich, äh, von wegen hier, wie das Let's Play weiter verfahren wird. Weil das werden ja schon einige folgen, ne? Pokémon ist ja jetzt nicht gerade so an dem Nachmittag mal durchgespielt. Und vielleicht, äh, ich meine, ich muss ja auch irgendwie mal offscreen, ich glaube, ich werde das offscreen machen, einfach eine Runde grinden und ein paar Level dazu holen, ne? Weil das ist, das wollt ihr nicht sehen, das ist einfach langweilig. Äh, aber muss halt getan werden mal, denke ich, ne? Wenn man wirklich auch ein vielseitiges Team haben will. Und, äh, ja, mal schauen, wie ich das handhabe, so, ne? Ich überlege das. Außerdem ist dann auch, das, äh, brauche ich dann nicht eine Million Parts oder so. Aber natürlich, wenn es hier storymäßig weitergeht oder hier gegen Trainerkämpfe, Junge, das zeige ich natürlich. Vielleicht mache ich das ja auch nicht. Vielleicht müsst ihr grinden ertragen. Kachpa versucht Verfolgung zu erlernen. Kachpa? Riecht ja Kachpa, der rennt hinterher. Ja, was verlernen wir? Pfund, ne? Setze ich eh nicht ein, wenn dann ruckzucki. Eins, zwei und drei. Schwupp. Was ist denn Verfolgung? Ja, Wanderer Nikolas, ne? Ei, 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 ei. Das war aber kein fairer Wettbewerb. Ey, du wolltest Kampf, Junge. Hey, Kachpa, entwickle dich. Tömp, 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 tömp. Oh, Special Effekte. Oh, wow, das wird... Kachpa entwickelt sich zu... Mega Kachpa! Glückwunsch, dein Kachpa wurde zu... Reptane, Junge? Das ist mega Kachpa! Versuch Zornklinge, Alter. Ja, jetzt ist, äh... Hä? Ja, was mach ich jetzt? Ich, äh, guck mal kurz. Was Zornklinge ist? Einen Moment. Okay. Also, Zornklinge ist ziemlich geil. Ist eine Käferattacke. Äh, mit jeder erfolgreichen Anwendung wird... ...der Schaden irgendwie verdoppelt. Wenn ich das richtig jetzt gelesen hab. Verfolgung ist, äh... ...ne Unlichtattacke, ja? Die ist aber irgendwie nicht so geil, ja? Das Ding ist halt, das wird automatisch noch ausgelöst, wenn der Gegner sein Pokémon austauscht. Aber welcher NPC tauscht sein Pokémon aus? Ne? Das ist, glaub ich, eher gegen andere... Können natürlich auch Absorber verlieren. Hm. Hm. Ich mach... Ah, aber dann hab ich eine Unlichtattacke. Unlicht ist bestimmt effektiv gegen bestimmte... Ah! Stärke 40, 40, 20, 10. Oder ich mach Kugelsaat weg, weil ich hab gehört, das wird später scheiße. Ich mach Kugelsaat weg. Ja. Tut mir ja leid, aber... Absorber brauch ich, um mich oben zu halten. Ich will möglichst viele... ...verschiedene Typ-Attacken, sag ich mal...